Konzentration Konzentration, Kontrolle und Präzision Jedes kleinste Detail ist wichtig Kontrolle, Präzision und Scheiße Die verdammte Tarmung 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 2, 1 1, 1 Laatmen 1, 2, 1, 1, 1 Значитiksik since dasckt aki defender ennen kwit down kw H2B2 Koralnik, was gibt es denn heute? Ja, das ist RSD. Ich hätte jetzt die Möglichkeit, das Problem mit meinem Nachbarn zu klären. Ja, das klingt auch gut. Ich brauche dann nur noch Green Light. Wie? Moment. Für eine Liquidation? Halt! Warten Sie! Ein Moment! Please hold the line. We'll be with you. Hören Sie, Koralnik, kein Green Light. Verstanden? Kein Green Light, okay? Haben Sie mich verstanden? Red Light, Koini. Red! Red Light! Hallo? Wegen dem Unterschrift-Pool. Unterschrift. Das ist hier schnell geklärt! Sie sind gerade Zeuge einer geheimen Undercover-Mission für die Europäische Union. Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Im Nachhall von 9-11 rekrutierte die EU eine geheime Sondereinheit. Die Besten aus ganz Europa. Das waren wir. Sie sind mein bester Mann. Ich kann einfach nicht verstehen, dass hier in meinem Einsatzgebiet... ...das ist acht Jahre und ich... ich hab noch nie. Das macht nicht glücklich. Nur auf diese drei oder vier Aufträge warten. Du hattest vier Aufträge? Was glauben Sie eigentlich, was wir hier machen? Wir sind doch nicht im Kindergarten! Ich hätte jetzt die Möglichkeit, das Problem mit meinem Nachbarn zu klären. Werden Sie nicht leichtsinnig, Koini. Also, dass jetzt ein Kratzer ist nicht wirklich groß, aber... Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Also, ich will Ihnen jetzt kein Date aufdringen. Ich dachte nur, das muss ja nicht immer alles so steif sein. Hallo! Komm, sag rein! Was machen Sie eigentlich beruflich? Ähm, Fingmehl. Und das sind keine Drohungen. Die sehen aber aus wie Drohungen. Sie werfen sich die ein. Nein. Eck die Beine. Ist alles in Ordnung? Fuck. Eck die Beine. Sie schickt nicht am Ziel. Nein, ich bin aber auf dem Weg. Noch einen Zwischenbericht. Für einen Moment liefen hier ein paar Dinge zugegebenermaßen so unoptimal. Hey, du Arzt! Stuhl, runter. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Ich kann nicht mehr. Ritter! Ich bin ein mieses Tag, Entterwald. Sie werden sich für diese Behinderung verantworten müssen. Des Weiteren möchte ich Sie bitten, mich nicht so lange anzugucken. Weil ich, wie gesagt, undercover bin. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Vielen Dank.